Hallo miteinander. Herzlich Willkommen zu einer Live-Sendung, etwas am Nachmittag, Special Edition Tagesschau-Sondersendung. Wir warten jetzt ein bisschen zu, bis die Leute reinschalten können. Aber ich kann sagen, heute haben wir einen guten Grund zu etwas trinken, von einem magischen Getränk. Ich kann nicht sagen, was es ist, ich würde gerade verhaftet werden. Dann kommen wir sechs Tage. Thurgauer Wasser, wirklich fein. So, wir haben heute einen ganz speziellen Gast bei mir. Ich bin sehr froh, weil in der heutigen Zeit in der Volksrepublik Schweiz ist es ja nicht mehr erlaubt, spazieren zu gehen, unter gewissen Umständen. Und damit ich weiss, was ich überhaupt machen darf, im Bereich Spaziergang habe ich gedacht, kann ich hier noch einen Experten befragen. Und zwar ist bei mir der Heinz Raschein, das ist Doktor Juhr, Pensionierte oder ein Anwalt im Ruhestand. Kommt aus einer grossen Tradition, kann man sagen, von Anwälten und Richtern. Sein Vater war Bundesrichter und sogar ein paar Jahre Bundesgerichtspräsident, wenn ich es richtig sage. Und er hat sich, glaube ich, zurückgezogen vor ein paar Jahren aus der Juristerei. Er ist nicht mehr aktiv Anwalt, aber er hat sich, das richtig zusammengefasst, ziemlich empört über das, was passiert jetzt da mit den Massnahmen, mit dem Shutdown. Und er hat sich da auch ein bisschen, ja, hat ihm ein Interview gegeben bei Orwell News. Da bin ich heute auf ihn aufmerksam geworden. Und er hat sich bereit erklärt, mein Studio zu besuchen. Und ich kenne ihn fast noch nicht. Ich weiss nur, dass er spannend ist. Und das Kennenlerngespräch führen wir jetzt also live vor Publikum. Herzlich willkommen, Heinz. Danke für mal, dass du gekommen bist. Danke für die Einladung. Super. Kannst du mir mal sagen, du hast etwas gemacht, du hast bereits ein Schreiben am Bundesrat verfasst. Die erste Eingabe habe ich am Sonntag, 29. März, auf die Post getan. Und habe dann weitere Gedanken mir gemacht. Weil ich fand, so ist es noch nicht vollständig. Und dann habe ich noch eine kurze Abhandlung über den Begriff der Verhältnismässigkeit aufgesetzt. Und habe dann hinterher gereicht. Sehr gut, über die Verhältnismässigkeit können wir noch im Detail sprechen. Das ist etwas, das mich ganz besonders interessiert. Ich würde mal sagen, um gerade mitten in die Materie hineinzukommen. Wenn ich jetzt am Samstag auf den Bundesplatz gehe spazieren, und ich eigentlich auch wissen kann, dass auch andere Leute dort am Spazieren sind. Also erstens einmal, ich darf, wenn ich jetzt, wenn das jetzt eine Demonstration... Wie soll ich das formulieren? Wenn ich jetzt dort bin, wie verhalte ich mich richtig? Wie verhalte ich mich gesetzeskonform? Das sind wahrscheinlich zwei verschiedene Sachen. Wie verhalte ich mich gesetzeskonform? Und wie... Äh... Ich will vielleicht etwas Schleuer formulieren. Ich war am letzten Samstag auf dem Bundesplatz. Und dann haben sie angefangen, eine Art Leute, ganz sanft, Polizisten, uns da ein bisschen zurückzudrängen. Und quasi haben wir jetzt sicher alle gegenseitige Ideen infizieren. Und ich habe mich dann geweigert, mit dem Band mitzulaufen. Und dann habe ich gefragt, was passiert, wenn ich jetzt auf dem Bundesplatz stehe. Einfach unten durchgegangen. Und dann sagte er, ja, dann kommen sie einen Buss rüber. Das hat er zuerst gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, das zahle ich gerne. Das soll ich als Ehrenbanner auf der Brust tragen. Und ich war überrascht, dass ich das sage. Dann hat er gesagt, ja gut, dann gehen Sie. Und dann hat er mich aber nicht gebüsst, sondern hat mich, glaube ich, verzeigt. Oder hat gesagt, das gehe ich an die Staatsanwaltschaft und ich käme mit dem Post rüber. Und dann habe ich gesagt, was passiert, wenn ich jetzt hier stehen bleibe. Dann hat er gesagt, ja, dann gebe ich noch einen Verweis und gebe zusätzliche Kosten. Jetzt wollte ich mich fragen, kannst du mir sagen, was ich da für Post rüberkomme? Ich schätze ungefähr, was das für eine Buss könnte sein, welchem Umfang. Und ob die Buss überhaupt rechtmässig ist? Ich würde es begrüssen, wenn so ein Busser die Frage der Rechtmässigkeit dieser Bestrafung einmal auf den Tisch bringen würde. Also das heisst, der Strafbefehl, der ja dann zu erwarten ist, vom Staatsanwalt anfechtet und durch die Gerichtsinstanzen durchgezucht, damit man einmal sieht, was die Gerichte zu diesen Fragen sagen. Jetzt kann ich natürlich, wenn ich so einen Strafbefehl nicht selber gesehen habe und die Begründung, die drinsteht, muss ich so allgemein bleiben, wie ich jetzt gerade ausgeführt habe. Genau, aber wenn du jetzt gehört hast, was ich gemacht habe, nach deinem Recht, sagen wir mal, wir wissen doch nicht, wie urteilt wird. Das ist ja am Schluss ein Stück weit ja auch eine menschliche Angelegenheit. Aber jetzt von deinem Rechtsempfinden her, ist das, was ich gemacht habe, illegal? Schwierige Frage. Nach meinem Rechtsempfinden ist das nicht illegal. Da stelle ich eh hinter das Vorgehen der Polizei in Frage, wo ja eigentlich die angebliche Ansteckungsgefahr mit so einem Vorgehen eher erhöht als absenkt. Mhm. Also ich könnte ja auch argumentieren, dass ich mich zurückdrängen lassen würde, weil ich nachher eher infiziert würde, als wenn ich unter dem Band gehe und einfach stehen bleibe. Unter dem Band durchgegangen. Ja. Also ich kenne die Massnahmen nicht auswendig, aber die wichtigsten Regeln sind ja wohl der zwei Meter Abstand von einem Menschen zum Anderen. Und wenn die Polizei ... Ich weiss auch nicht. Ja. Haben sie vielleicht einfach den Platz frei haben? Ehrlich gesagt, ich verstehe es selber nicht. Weil eigentlich hätte man die 300 Leute auf dem riesigen Bundesplatz einfach stehen lassen können und es wäre gar nichts passiert. Sie haben ja nur ein paar händliche Musik gemacht. Ja. Und die anderen sind dort gestanden. Ein paar mit Schildern und ein paar waren einfach dort. Es wäre gar nichts passiert, wenn sie das nicht gemacht hätten. Als Zuschauer hat man den Eindruck gehabt, mit dieser Massnahme tragen sie dazu bei, den Abstand von einem zum Anderen zu verkleinern. Ja. Das ist richtig. Wo vorher genügend gewesen ist. Das ist ja so, ja. Also da ist logisch, wenn man einen halben Platz räumt und die andere Hälfte in eine andere Hälfte zurückdrängt, dann ist logischerweise die Dichte grösser. Ja. Und das hat der Massnahmen halt nicht geteilt. Aber wie das für mich heisst, wenn wir die Busse anfechten, dann kommen ja wahrscheinlich dann wahnsinnige Kosten auf mich zu. Dann muss ich einen Anwalt nehmen, durch die Instanzen gehen. Und das kann dann zigtausend Franken kosten? Also sicher ein paar tausend, ja. Ein paar tausend, aber nicht ein paar zigtausend. In der Strafgerichtsbarkeit ist das Kostenrisiko eher ein bisschen geringer als in der Zivilgerichtsbarkeit. Ja. Okay. Wie ist das? Kann ich vorgestraft werden? Ja, dann hat mir jemand gesagt, ich hatte einen Gaststab vor ein paar Tagen, da hat mir im Vorgespräch gesagt, bis 5'000 Franken. Er hat mir gerade mal eine Busse abgesessen im Gefängnis, drei Tage. Er hat gesagt, wenn ich diese Busse zahlen würde, dann würde ich zugeben, dass ich im Unrecht bin. Und darum hat er auch gesagt, jetzt, als er auf dem Platz, auf dem Sechs-Läuten-Platz in Zürich verhaftet worden ist und jetzt eine Busse überkommt wahrscheinlich, er hat gesagt, er werde ins Gefängnis gehen, das absitzen. Wenn ich das machen würde, als symbolische Massnahme, eine Busse gehen abseits im Gefängnis, hätte das dann eine Auswirkung auf mein Fahrstrafregister oder hat das nichts miteinander zu tun? Das bleibt eine Ordnungswidrigkeit. Ob man das finanziell begleicht oder über die Umwandlung in eine Heftstrafe, bleibt eine Ordnungswidrigkeit. Gut, also dann habe ich ausser, dass ich einfach Zeit verschwende, ein paar Tage, habe ich nicht weitergehende Nachteile. Nein. Ich hätte auf den Staaten wahrscheinlich viel mehr gekostet, als meine Busse hoch gewesen ist, weil sie mich dann irgendwie verpflegen und beschäftigen und kostend Logis anstellen. Aber ich weiss, ob das die richtige Art ist, zum zivilen Ungehorsam zu demonstrieren. Aber es gibt eben das sogenannte Notrecht, das hier ausgerufen worden ist. Und jetzt ist da ein Ausschnitt von der Weltwoche. Und das würde ich gerne schnell vorlesen. Der Bundesrat beruft sich bei seinen Massnahmen immer wieder auf ein Notrecht oder einen Notstand. Beides existiert in der Bundesverfassung nicht. Weder der Bundesrat noch die Bundesversammlung haben irgendwelche Notrechtskompetenzen. Weder der Bundesrat noch das Parlament dürfen vollkommenständig die Kompetenzen als Verfassungs- und Gesetzgeber entwinden. Auch die vermeintliche Corona-Not verleiht kein Recht, das Recht zu brechen, indem sich die gültige Bundesverfassung über Notrecht und Notstand ausschweigt. Verwirft sie beides. Einige unserer Bundesräte hätten 85% Zustimmung, lesen wir. Das hatten die Diktatoren auch. Die Kommunikation und Rhetorik gewisser Bundesräte sei famos. War das bei den Diktatoren anders? So viel Denunziantentum, so viel polizeistaatlichen Geist, eine solche Übermass an Freiheitsbeschränkungen gab es noch nie. Doch wehe dem, der es ausspricht. In der Diktatur ist kritisches Denken verboten. In der Demokratie wird es bloß nicht gerne gesehen. Ich leidere jetzt den Namen des Autors nicht. Aber wenn ich für ein Wunder nehme, vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter, bevor wir die Anfänger befragen. Mir hat jemand etwas zugeschickt, eine Nachricht, und sie wollte gerne die Antwort auf das. Ich lese gerne das Anna-Chef an. Ich hoffe, es kommt noch etwas grösser. Und zwar hat jemand das weitergeschickt. Das war Standort von einem Anwalt, der zurückgekommen ist. Er hat mir geschrieben, Ich bin es leid, solche wissenschaftlich unfundierte Mails zu halten, mit welchen klar, falsch, zum Beispiel das Notrecht ist absolut verfassungsmässig und daher rechtens. Vergleiche Artikel 185 Absatz 3 BV. Da können wir gerade noch sprechen. Da das Notrecht demokratisch legitimiert ist, kann nicht davon gesprochen werden, dass der Bundesrat undemokratisch gehandelt hätte. Argumentiert wird. Es mutet an, wenn ein Rechts-Aussen-SVPler diese Mail geschrieben hätte. Es mutet an, als wenn ein Rechts-Aussen-SVPler diese Mail geschrieben hätte. Führt man sich die Bilder der obritalienischen Spitäler oder die Bilder und Berichte aus den USA verraugen, so wäre klar, dass der Bundesrat absolut richtig gehandelt hatte. Ihm gebührt höchstes Lob. Wäre ich nicht so gehandelt worden, so hätten wir höchstwahrscheinlich diese Zustände hier gehabt. Ich, welcher der Risikogruppe angehöre, bin froh und dankbar, dass so gehandelt worden ist. Massstab für das Handeln einer solchen Krisennotsituation ist einzig und alleine die Wissenschaft. Nur so kann und kann verantwortungsbewusst gehandelt werden. Nicht wissenschaftlich anerkannte Grundsätze, welche im Reich der Verschwörungstheorie, des Glaubens und der Esoterik anzusiedeln sind, haben keinen Platz. Diese Gedanken müssen sicherlich auch bei einem allfälligen Impfzwang, so denn überhaupt ein Impfstoff gefunden würde, in Erwägung gezogen werden, falls die notwendige Durchimpfrate nicht auf freiwilliger Basis der Bevölkerung erreicht werden könnte. So dann bin ich froh, dass das Parlament gestern bis auf die SVP einigermassen unisono durch die gesamte Parteienlandschaft alle hinter dem Handeln des Bundesrates stehen. Nichts für ungut, dass ich diese Zeilen geschrieben habe, aber eure propagandistische und undifrizierte Mail und damit ausgedrückte letztendlich menschenverachtende Haltung hat mich zutiefst erschüttert. Ich bitte euch daher, mich aus der Verteilerliste zu entfernen. Ich wurde gefragt, ob ich das in dieser Sendung ansprechen kann. Sie hat doch zu Recht empört, dass man, weil man eine kritische Meinung hat, dass man eine menschenverachtende Haltung und Rechts- und Aussenpolitik unterstellt wird. Was mich für ein Wunder nehmen würde, wenn wir den 185 Artikel anschauen wollen. Absatz 3 hat er gesagt, ich lese doch schnell den ganzen vor. Da steht äusser und innere Sicherheit. Der Bundesrat trifft Massnahmen zur Wahrung der äusseren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität der Schweiz. Er trifft Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit. Und jetzt drittens, da er sich berufen hat, er kann unmittelbar gestützt auf diesen Artikel Verordnungen und Verfügungen erlassen, um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren und äusseren Sicherheit zu begegnen. Solche Verordnungen sind zu befristen. Jetzt meine Frage nach dem langen Monolog an dich, Heinz. Wer hat Recht? Also ist das verfassungswidrig, wie der in dieser Weltwoche steht? Oder hat der, der da geschrieben hat, Recht, dass das Notrecht gemäss Artikel 185 richtig ist? Also gegeben ist? Es gibt ja noch ein Epidemie-Gesetz. Mhm. Das ist auf einen anderen Artikel von der Bundesverfassung abgestützt und das ist in Kraft. Und in diesem Epidemie-Gesetz kriegt der Bundesrat genügende Vollmachten. Ich habe also nicht beanstandet, dass die gesetzliche Grundlage fehlen. Ich habe beanstandet, dass Verhältnismässigkeit nicht gegeben ist. Und die muss eben zusätzlich zu einer gesetzlichen Grundlage vorliegen. Ja. Du sagst also grundsätzlich agiert der Bundesrat, also der 185er, der ist gar nicht so wirklich wichtig, weil es Epidemie-Gesetz auf einen anderen Artikel fusst. Und wenn ich es richtig zusammengefasst habe. Und dann sagst du, dass die gesetzliche Grundlage zwar gegeben ist, aber dass es nicht reicht, dass es gesetzlich gegeben ist. Es gibt glaube ich drei Wörter davon. Zielgerichtet, nützlich und notwendig sind oder so. Ja, man nennt das Geeignetheit. Das ist ein Merkmal der Verhältnismässigkeit und das zweite ist die Erforderlichkeit. Und das dritte ist die sogenannte Verhältnismässigkeit im engeren Sinne. Darunter könnte zum Beispiel eine Erwägung fallen, wie gut 99% der Bevölkerung mit drangsalierenden Massnahmen zu behältigen, um knapp 1% zu schützen. Genau. Die Erwägung, ob das denn verhältnismässig ist, würde unter das dritte Merkmal fallen. Also die Verhältnismässigkeit, ich habe das eben noch anders mal gehört. In Deutschland hat das jemand gesagt, dass Verhältnismässigkeit dann gegeben wäre, wenn es keine andere Methode gegeben hätte, die weniger intrusiv ist oder weniger belastend ist, sage ich mal für die Leute, aber ein ähnliches oder ein gleiches Resultat zufolge hätte. Kann man das so sagen? Ja, das geht auch in diese Richtung. Und jetzt ist eben die Frage auch, was mir nicht gefallen hat am anderen Schreiberling, an dem, der die Nachricht geschrieben hat, ist, dass er einfach die Wissenschaftlichkeit vorgibt, dass einfach Zeit ist gegeben. Nach meiner Meinung hat der Bundesheer, gibt es gar keine Studien, die sagen zum Beispiel, die Alte isolieren hätte nichts gebracht. Die Alten, also Alten gelangen doch nicht, man muss ja alt und krank sein. Die Alten und Kranken isolieren, hätte ein annähernd gleicher Effekt, oder hätte nichts genützt, man müsste die ganze Welt in den Shutdown bringen. Oder zumindest ist mir nichts bekannt. Und da kann man auch sagen, ist es auch zwingendermassen unverhältnismässig, wenn man ohne eine wissenschaftliche Grundlage einen so extremen Schritt vollzieht, ohne es andere nur mal zu haben. Ja, oder? Also ich habe der Forderlichkeit deshalb verneint, weil ich gesagt habe, dass Beweislast für den Entzug von Grundrecht, und das haben wir da, mag es auch noch zeitwillig sein, aber auch dann liegt die Beweislast, und zwar die wissenschaftliche Beweislast, bei der Instanz, die die Einschränkung verfügt. Das gehört zur Prüfung von Erforderlichkeit. Und jetzt, ich sehe keine andere wissenschaftliche Grundlage als die Computermodelle, die, so viele weiss, der Christian Drosten vom RKI in Deutschland gemacht hat. Ich glaube, die Weltwoche hat kürzlich noch ein paar Experten genannt, die in der Schweiz zu Wort gekommen sind, aber ich habe von denen noch nie etwas gehört, und auf der Netzseite von SRF sind die auch nicht namentlich genannt. Die eine habe ich nur in einem Weltwochenartikel gesehen. Ja, genau. Du meinst die Experten, die den Bundesrat beraten, oder? Richtig. Ja, ich habe gehört, das sei jetzt irgendwie veröffentlicht worden, irgendwie halb unfreiwillig. Ich weiss nicht genau, was dahinter steckt, aber sicher ist, man hat uns während der ganzen Massnahmen, also die ersten Wochen, man hat uns ja überhaupt keine Fakten gegeben. Man hat uns nicht gesagt, wieso das unvermeidlich ist. Man hat nicht gesagt, wieso es die Alternativen nicht taugen. Man hat nicht gesagt, wie lange der Shutdown geht. Wir wissen bis heute nicht, wie lange der Shutdown geht, weil sie zwar lockern, aber sie sagen, im Herbst kommt die zweite Welle. Und all diese Kommunikation hat ja überhaupt nicht stattgefunden, in dem Sinne. Und ich habe mich schon gefragt, hat das juristische Gründe, dass sie da quasi einfach absolut nichts ... Hat das nur PR Gründe, dass die beste Methode ist, um das durchzudrücken, oder hat es juristische Gründe, dass sie quasi im Nachhinein auf einem leeren Tisch anfangen, ihre Verteiligungsstrategien zu fahren, je nachdem, was für neue Fakten denn vorliegen. Oder wieso tun sie die Allgemeinheit nicht informieren, über das, was sie wirklich denken? Weisst du, das ist mutmässig wieder. Ich nenne das eher unter Beobachtung. Das Volk wird in der Schweiz abnehmend in den politischen Prozess einbezogen. Und zwar heftig abnehmend, sodass man Besorgnis haben muss. Dass du den Brief geschrieben hast, also nicht nur mit unmittelbarer Wirtschaft schädet zu tun für den nächsten Monaten, sondern du denkst, das ist ein grundsätzliches Problem, wo die Schweiz mehr in die Trächtung der Bürger geht? Ja, das war mit eine Motivation. Aber darf ich noch schnell, es hängt noch eine halbe Frage im Raum, und zwar die nach der wissenschaftlichen Beweisführung, die ich für notwendig halte und die ich als nicht gehe, einstufe. Und das ist auch eine Tendenz, die in den letzten 20 Jahren immer wieder zu beobachten war. Nämlich, dass man Annahmen durch den Computer laufen lässt und dann eine Hochrechnung daraus ausdrückt und das dann Beweis nennt. Und Annahmen bleiben die Annahmen auch, wenn sie durch den Computer gerattert sind. Im Gegenteil, das Problem ist ja bei der Annahme, wenn man nach einer exponentiellen Kurve zeichnet, dann hat dann, was am Anfang nur leicht falsch ist, kann dann, nachdem das Computer hat, dann extrem falsch sein. Genau, jetzt wird der Richtung potenzieren. Ja, und ich habe nochmal nachgeschaut, am 20. März hat die Luzerner Zeitung, glaube ich, ist das Zeitung, da gehört, glaube ich, den Tagi, äh, die Entzeltag beteiligt, glaube ich, hat einen Artikel publiziert und haben gesagt, es gibt drei Szenarien. Wir könnten einen krassen Shutdown machen und extreme Massnahmen ergreifen und dann werden wir bis am 1. September 2'700 Tote haben durch Corona. Und dann haben sie gesagt, man kann, äh, man kann leicht lockern, also nur moderate Massnahmen ergreifen und dann hätten wir 55'000 Tote bis am 1. September. Und dann hat er gesagt, man könne sehr lockere Massnahmen oder keine Massnahmen ergreifen und dann hätten wir 80'000 Tote. Und das Gleiche, vergleichbares, haben ja die beiden Ärzte, Adruzi, glaube ich, und Althaus, haben ja einen offenen Brief gemacht, einem Bundesrat, zwei, drei Tage bevor der Shutdown passiert ist, mit der Aufforderung, man soll eben den Shutdown quasi vollziehen, weil sonst eben enorme Mengen an Toten kann das zur Folge haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind die Zahlen herumgegangen zwischen 30'000 und 150'000 Tote Schweizer. Und das Problem ist halt jetzt, die wir jetzt halt auch haben, jetzt könnt ihr sagen, wir hätten den Shutdown gemacht, seht ihr, jetzt haben wir nur 1'700 Tote oder 1'800 Tote. Und die Frage ist halt, wird man jemals da beweisen können, dass wir die 55'000 oder 80'000 Tote sonst gehabt hätten? Das kann man möglicherweise nie beweisen. Und darum bin ich eben auch der Auffassung, dass dieser Beweis angetreten werden muss, bevor man Massnahmen ergreift. Kann man nicht sagen, da habe ich mir auch überlegt, Schweden beweist eigentlich, dass es nicht nötig ist. Schweden hat ein paar Fehler gemacht, darum sind in den Altersheimen viele Leute gestorben, auch viele von der schwarzen Bevölkerung, weil es wahrscheinlich dort Fehler gemacht haben, aber es ist komplett komplex, das einzugehen. Aber auf jeden Fall hat es einen Fehler gemacht, und sie haben trotzdem nur in Anführungszeichen gut 3'000 Leute im Moment, die mit Corona oder an Corona gestorben sind. Und das ist eigentlich der Beweis, also nicht ein Beweis, aber es ist eine Analogie, die man herbeiziehen kann, um zu sagen, dass wenn man den Shutdown nicht macht, es hat nicht zwingendermassen 10'000 Tote zur Folge, oder? Ja. Man muss eben den Zahlen sowieso misstrauen, weil von Anfang an ist man nach der Strategie gefahren, nicht zu unterscheiden, ob ein Verstorbener an oder mit Corona gestorben ist. Und das verfälscht natürlich die Statistik völlig, und dann kommt noch dazu, dass sogar der Test offenbar ziemlich zweifelhaft ist. Papaya positiv testet, ich weiss nicht, ob du das gehört hast. Nein. Ja, Papaya. Und eben schon im Januar in New York, am anderen Ende der Welt, wo der angeblich neue Virus ausgebrochen ist, hat man Tiger und Leue in einem New Yorker Zoo getestet, und die waren positiv auf 10-19. Und der Vodarg hat bereits im Februar gesagt, man sollte unsere Hauskatzen testen. Das gibt wahrscheinlich auch positives Resultat. Und er hat das begründet gehabt. Der Vodarg, ich weiss nicht, ob das stimmt, ich tue das einfach vortragen, er hat gesagt, der Grund sei der, dass der Test älter ist als die Entdeckung von Corona 19, weil er eben gar nicht so spezifisch ist auf Corona 19. Das macht es noch ironisch, weil in der Vergangenheit ist es schon immer so gewesen, dass etwa 15-20% von den Grippentoten, von denen, wo man zu den Grippentoten zählt, die Übersterblichkeit, die es im Winter gibt, immer schon Corona verursacht worden sei. Und am Schluss hat er den Vodarg schrieben, wenn ihnen rechtliche Nachteile entstehen unter das und sie den Rechtsschutz haben, würden er vorstellt, das anzufechten, weil auch ein Richter logisch denken könnte, hat er gesagt. Und wie ein Test ist ja schon seltsam, man entdeckt ein angeblich neues Coronavirus und am Tag 1 hat man aber schon den Test dazu gehabt. Ich bin aber zu wenig Virolog, um es zu beurteilen. Aber nur zu sagen, das sind die Abstrusitäten, die in den Mainstream-Medien eigentlich nie behandelt werden. Es wird einfach angenommen, es stimmt. In New York, in Amerika jetzt anscheinend kann der Arzt selber urteilen, ohne einen Test, ob jemand an Corona gestorben ist oder nicht. Das ist offen, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist amtlich. Und man kann das einfach an einem Symptom festmachen. Man hat jetzt aber, also der Köhnelein und der Ärztin im Kantonsspital, der für die Massnahmen ist, hat man gesagt, keine Stimme, klinisch sei ein Corona-Symptom von einem Corona-Kranken nicht unterscheidbar von einer Grippen-Kranke oder einer normalen Lungenentzündung. Ja, man hat sich jetzt mehr oder weniger geeinigt, dass man das umfassend als Atemwegserkrankung bezeichnet, um zu diesem Vorwurf zu entgehen. Man spricht ja nicht von Influenza oder von Covid, aber es sind eben beides Atemwegserkrankungen mit den gleichen Symptomen. und zwar individuell. Dann haben wir verschiedene von einem Menschen zum anderen. Friedrich Dürermatt hat im Buch Justiz einen Satz gesagt, da weiss ich noch auswendig, mein lieber Herr Spät, das sagt ja der Ding der Maximilian Schelleser schön im Film auch, mit Schweizer Akzent, mein lieber Herr Spät, die Gerechtigkeit wohnt auf einer Etage, zu der die Justiz keinen Zutritt hat. Und das gehörst du als Rechtsanwalt wahrscheinlich nicht unbedingt wahnsinnig gern, weil du hast natürlich auch einen gewissen Idealismus gehabt, dass Recht zu haben und Recht zu gesprochen doch zu einem gewissen Teil zumindest sich zu decken. Und jetzt ist meine Frage zu dem, was ist dein Gefühl, wenn ich jetzt die Busse für anfechte, was ist dein Bauchgefühl? Sind die Richter unabhängig? Dass gegen den Bundesrat, gegen die Massenmedien, gegen alles, die ganze Narrative von einer ganzen Gesellschaft so etwas anzuschauen oder muss ich damit mit politischen Urteilen rechnen? Du musst mit mit politischen Urteilen rechnen. Ja. Also heisst das, wenn es durch fechten, dann bringt es wahrscheinlich nichts? Ich wäre vorsichtig in der Beurteilung der Risiken. Im Sinne von, ich muss aufpassen vor der Risiken? Richtig. Also, ich hätte Respekt vor der Risiken und vor dem Nervenverschleiss machen. Ich habe vorher schon gesagt, es sollte es einmal machen, aber ich würde jetzt nicht sagen, du oder ich. Und jemand mit Krebs im Endstadium, oder wer soll das machen, denn jemand mit Nerven wie der Anzeile? Es ist, man hätte es wirklich abgeschnitten mit der Totalrevision der Bundesverfassung. Dort hat man neu reingenommen, dass das Bundesgericht bundesrätliche Verordnungen nicht mehr auf Verfassungsmässigkeit überprüfen darf. Mhm. Und was ist, also das heisst also, ich habe auch schon gehört, dass das Bundesgericht früher schon nicht Gesetze beurteilen konnte. Richtig. Und jetzt sind es Verordnungen, die noch nicht mehr beurteilen. Und jetzt hat man dem noch die Verordnungen beigefügt. Was ist der Unterschied von einem Gesetz und einem Verordnungen? Gesetz muss vom Parlament abgesegnet sein und eine Verordnungen wird? untersteht einem obligatorischen, nein, also einem fakultativen Referendum. Man kann das Volk ergreifen, oder nicht. Und jetzt kann der Bundesrat quasi als Exekutivbehörde einfach Verordnungen nicht mehr abgesegnet werden. Und sie können relativ willkürlich solche Sachen durchgehen. Und es wird nicht mehr vom Bundesrecht, es kann nur noch politisch gekippt werden und nicht mehr auf dem Justizweg zu kippen. Es gibt natürlich noch in Straßburg den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ja. Und wenn der Weg ins Bundesgericht durch die Bundesverfassung abgeschnitten ist, dann müsste der Weg auf Straßburg frei sein. Aber das sage ich jetzt aus dem hohen Bauch. Er hat jemand gesagt, der schon Dutzende dieser Prozesse geführt hat, im Namen vom Tierschutz. Er hat mir mal gesagt, er ist schon seit Jahrzehnten dran, und ihm hat mal jemand gesagt, von Straßburg, ein Richter, glaube ich, er hat gesagt, dass sie nur ein paar wenige Prozent überhaupt behandeln können. Das heisst also, sehr viele Fälle, die man eigentlich behandeln sollte, werden einfach absteigig beurteilt. Nicht darum, weil sie keinen Anspruch gehabt hätten, sondern einfach darum, weil die Gerichte völlig kollabieren würden unter der Arbeitslast. Das heisst also, wenn man jetzt den Rechtsweg beschreiten und sagt, dem Bundesgericht ist nicht zu trauen, sage ich mal, oder die das nicht beurteilen, auf Straßburg kann man immer noch gehen, hat man überhaupt keine Gewissheit, dass wenn man durch die Instanzen gegangen ist, dass man überhaupt angehört wird von Straßburg? Täusche ich mich da? Weiss ich nicht. Weiss nicht? Ich hatte keine freidätige Fälle. Ja. Gut. Aber das heisst mit anderen Worten, wenn wir jetzt mal den Strassburg weglassen, wenn wir würden wollen, den Rechtsstaat im klassischen Sinne, wie wir es vor 2008 hatten, durchsetzen, müssen wir zwingendermassen eigentlich wieder Volksabstimmung geben oder beide Stände müssen neue Gesetze zurückdrüllen auf 2008 und solche neue den Freipass aus dem Bundesrat zurückdrehen. Ja, ich bin also wirklich zur Überzeugung gekommen, dass das Epidemie-Gesetz einem Bundesrat zu viel Macht gibt und dass man das wieder rückgängig machen müsste, weil er von mir aus gesehen beweisen hat, dass er mit dieser Macht nicht angemessen umgehen kann. und das könnte man mittels Volksinitiativen eine Änderung von diesen Epidemie-Gesetz erzwingen. Ja, aber jetzt ist ja so, das Epidemie-Gesetz habe ich durchgelesen, dort steht drin, dass die Firmen schliessen dürfen und so, aber ich habe immer gelesen, beim Isolieren ist immer gestanden, man kann Einzelpersonen isolieren, es schaut niemals, dass man die ganze Bevölkerung isolieren darf. Also, in irgendeiner Formulierung gibt es dort drin, Massnahmen gegen die Bevölkerung erlassen. Ja, haben wir es überlesen. Aber du sagst, es kommt gar nicht darauf an, weil am Schluss ist es unverhältnismässig, weil die Wissenschaft der Grundlage fällt, auf der man die ganze Sache überhaupt abstützen kann. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es im Gesetz drin steht, Massnahmen gegen die Bevölkerung, aber die ganze Bevölkerung kann reinbezüge in seine Massnahmen, so wie ich es gelesen habe. Ja, was ich verstanden habe. Es wäre ja eine Ironie von der Geschichte, wenn es ständige Massnahmen gegen die Bevölkerung stehen, weil genau das haben wir ja jetzt. Ja, genau. Also, ich habe mich nicht auf die Frage der gesetzlichen Grundlage eingelassen, weil ich fand, dass Epidemie-Gesetz so umfassende Vollmachten ausstellt, dass wir dort die Zähne ausbeissen in dieser Frage. Das heisst also, man kann gar nicht auf das Gesetz abstützen. Wenn man das jetzt juristisch würde, man kann ja gar nicht, wenn man das richtig verstanden hat, man kann das gar nicht juristisch durchfechten gegen den Bundesrat. Aber wenn wir das argumentieren wollen, würde man gar nicht aufgrund des Gesetzes argumentieren, sondern eben sagen, ihr habt das durchgeboxt, die Massnahmen durchgezogen, jetzt ist es euch zu beweisen, dass die wissenschaftlichen Grundlagen gegeben waren für das Ganze. Ja. die Verhältnismässigkeitsanforderung gilt zusätzlich zur gesetzlichen Grundlage und muss auch erfüllt sein. und innerhalb von der Verhältnismässigkeit unter dem Untertitel Erforderlichkeit fällt die Beweislast von der Instanz, die behauptet, sie täglich verhältnismässigen Massnahmen erlassen. Aber weil man gar nicht gegen den Bundesrat klagen kann, weil das gar kein Gericht akzeptiert, das heisst also, das ist eh Sackgast, dann hat der Bundesrat eigentlich auf dem Rechtsweg überhaupt nichts zu befürchten. Nein, das hätte man auch offenbar abschneiden mit der Totalrevision der Bundesverfassung. Das heisst, der Bundesrat, ich habe mal ein Video gemacht, der Bundesrat ins Gefängnis, mein Vorschlag, dass die Zipfelkappen versorgt werden, das ist absolut aussichtslos, ausser es, das ist absolut aussichtslos. Die werden nie ins Gefängnis müssen, die haben quasi schon Generalamneste im Handeln. Die könnten jetzt die Todesstrafe einführen und machen, was sie wollen. wenn, wenn, ich habe mich jetzt einmal für den Straftatbestand von Artikel 266 StGB entschieden. Das ist, ähm, das ist ein landesverratsähnlicher Tatbestand, das ist Einflussnahme von einer fremden Macht auf Schweizer, ich habe es genannt, unrechtssätzig. Mit fremder Macht, zum Beispiel das WHO zum Beispiel. Ja, also ich halte Bill Gates als Einzelperson für eine fremde Macht. Machtmacht war er sicher und wahrscheinlich auch sonst. Aber jetzt ist die Frage, ich kann man... Geld ist ja Macht, das sagt man ja. Und der Mensch ist ja unermesslich reich. Ja, bevor wir auf Bill Gates kommen, habe ich etwas anderes nicht ganz verstanden. Und dann habe ich der Bundesanwaltschaft eine Kopie geschickt von dem eingabenden Bundesrat und an sich könnte es so laufen, dass die Bundesanwaltschaft tatsächlich irgendwelche Anhaltspunkte für meinen Vorwurf findet. Und dann wird ein Eidgenössischer Rät angetragen gestellt auf Aufhebung der Immunität von verdächtigen Bundesräten. Ah. Haben Sie es richtig verstanden? Wir als Bürger können nicht klagen, weil das ist Gesetzgrundlage nicht gegeben, seit 2008 in der Revision. Aber ein Staatsanwalt könnte auf dem Grundsatz des Strafgesetzes der Bundesrat theoretisch ins Gefängnis bringen. Theoretisch. Ist es klar, dass das nicht passiert? Theoretisch. Es kommen noch andere Straftatbestände in Frage, zum Beispiel Freiheitsberaubung. Aber es sind keine Verfassungsartikel aufgrund von dem, dass der ins Gefängnis muss, sondern es sind Strafrechtsartikel aufgrund von dem der Bundesrat ins Gefängnis. Es muss über einen Staatsanwalt gehen. Ja, ohne Strafrecht. Ohne Strafrecht bringt sowieso niemand ins Gefängnis. Das stimmt, ja. Fehlgedanken. Aber als Zivilbürger kann man gar nicht unternehmen, es muss am Schluss über den Staatsanwalt gehen. Logisch. Entschuldigung. Da siehst du, ich bin kein Anwalt. Gut, und wenn ich jetzt eine Frage, jetzt gehen wir für die leichte spekulativ, aber du hast ja da sehr streng, also du hast da wirklich gut reagiert, also gut, intensiv reagiert, sage ich mal. ob gut oder nicht, ist das Geschmackssache von vielen Seiten der Debatte, dass man steht. Wieso hast du das gemacht? Können wir doch bei dir ein bisschen spekulieren? Was ist dein Worst-Case-Szenario? Was hast du das Gefühl, was in den nächsten 10-20 Jahren oder für das schon 1-2 Jahre mit der Schweiz passieren, wenn wir das einfach gehen lassen? Ja, ich beobachte den Vorgang jetzt in der BRD. Und dort hat erstens einmal Bill Gates einen riesenlangen Auftritt in den Tagesthemen gehabt, wo er überhaupt keine kritische Frage gestellt bekommen hat. Bill Gates, das hat er dort erklärt, er will sieben Milliarden, also die gesamte Weltbevölkerung, will den impfen, ohne irgendwelche ärztliche Überprüfung der individuellen Voraussetzungen oder Nicht-Voraussetzungen, sondern das soll einfach durchgeimpft werden. Und dann helfen ihm ja die deutschen Politiker, die haben ja jetzt eine Vorlage für eine Art von Impfzwang. Sie verwenden zwar das Wort Impfzwang schlauerweise nicht, sondern sagen dann einfach, wenn wieder dorthin Massnahmen verhängt werden, dann kriegen die, die sich impfen lassen, einen Ausnahmestatus. Sie können reisen, gibt es wie einen Impfpass oder einen Stempel. Und das ist natürlich indirekt auch ein Impfzwang, egal wie man es nennt. Aus juristischer Sicht auch oder nur aus Meinungen? Also, dass es das ist, ist klar, aber ist das auch juristisch dann ein Zwang? Also, es läuft auf Nötigung aus, und das ist ja auch ein Straftatbestand. Okay. Interessant. Aber du hast gesagt, dass du deine Befürchtung hast. Es ändert die körperliche Gesundheit der Leute, wie sie durchnimpfen. Du glaubst nicht, dass die Gefahr besteht, dass der Bundesrat jetzt wirklich quasi Putschen kann man nicht sagen. Sie sind ja schon an der Macht, aber dass er quasi einfach die verfassungsmässige Ordnung aushebelt und jetzt quasi autoritärmässig oder diktatorisch durchregieren wird. Diese Befürchtung müssen wir nicht haben. Ja, eben. In Deutschland probieren sie das jetzt aus mit dem Impfzwang. Er hat es, glaube ich, im Moment noch wieder zurückgezogen, muss es jetzt nicht gerade in den nächsten zwei, drei Tagen durchgepeitscht haben. Aber ursprünglich war das auf dem Plan vom Bundestag. Und er wird wahrscheinlich in kurzer Zeit wiederkommen mit dem. Also, die Deutschen wollen den Impfzwang und ich habe einfach den Verdacht, wenn es dort gelingt, dass dann in der Schweiz die Tendenzen auch kommen. Ja, aber genau sind wir wieder beim Impfzwang. Das habe ich verstanden. Okay, Entschuldigung. Die Frage war, die Befürchtung habe ich verstanden. Die ist sicher auch berechtigt, nach meinem Einschätzen. Aber hast du darüber eine Angst, dass eben auch für die ganze Schweizer Eingennossenschaft, dass wir wirklich den Status, den wir jetzt haben, ich nenne es eben Volksrepublik in der Schweiz, dass das Bestand wird haben? Oder denkst du, es wird schon der Zuck Normalität gehen, da hast du keine Befürchtung, dass das den richtigen Weg nimmt? Da habe ich eindeutig befürchtet. Ich sage jetzt einfach persönlich, was ich finde, und nicht unbedingt in meiner Funktion als Jurist. Also mir kommt es vor wie ein Gehorsamstest. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Es kommt wie eine riesen Hauptprobe für etwas Schlimmes, oder? Ja. Ein stiller Krieg. Das Warten ist auch schon gefallen. Ja. Und wenn ich das eben im Zusammenhang mit dem Abbau von demokratischen Rechten setze, dann muss man zum Schluss kommen, dass das Volk für die Regierenden einfach immer leistiger wird. Mhm. Das heisst also, du bist eher... Und was denkst du, was die Bevölkerung macht? Im Moment sind ja wenige Leute sich am Wehren. Die meisten Leute finden es super. Zumindest ist das die offizielle Umfrage. Die finden es super, wenn es gerade noch stärkere Massnahmen gibt. Das erinnert einen richtig so. Es hat gewisse masochistische Zeuge, oder? Und es hat zum Teil auch den Ruf nach der starken Führung, sage ich jetzt einmal. Die ist da... Hast du das Vertrauen in der Schweizer Bevölkerung, dass da aus der Sattheit raus dann doch plötzlich merken, wenn es zu lange dauert, dass sie sich wehren und dass sie sich werden wehren und dass sie sich erfolgreich wehren können? Glaubst du das? Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich bin tatsächlich ein bisschen pessimistisch. Ich habe drei erwachsene Töchter und ich spüre nur von den Mittleren, die eine intellektuelle Ader haben, spüre ich ein bisschen Unterstützung. Die anderen lehnen meinen Standpunkt ab. Aber ich habe mal gehört, eigentlich lange sind 15% der Bevölkerung anfangen zu laut werden, damit so ein Momentum da ist, damit am Schluss die ganze öffentliche Meinung kippt. Die veröffentlichte Meinung kann immer nicht beinflusst. Da haben wir gemerkt, der Mainstream ist einfach ein Lautsprecher für die Regierung. Da muss man es einfach in dieser Tätlichkeit sagen, auch wenn das gewisse Leute nicht gerne hören. Dazu stehe ich auch, vielleicht gibt es auch 100'000 Belege. Aber dass die Bevölkerung, die öffentliche Meinung kann geändert werden, gegen den Widerstand von den Veröffentlichten, gegen den Widerstand von den Bundesräten. Wenn ich da höre, Roger Köppel macht recht Lärm. Es hat doch auch Leute, die dagegen sind. In der Bevölkerung wird es immer mehr Leute geben, die wirtschaftliche Not erleiden usw. Also ich vergleiche es mit dem Frosch im Kachtopf, im kalten Wasser. Da geht man langsam die Temperaturen höher und er springt nie raus, weil er immer meint, das ist ja nicht so schlimm. Und hast du das Gefühl, wir sind jetzt wirklich dran, die Temperaturen auf zu schrauben, mit der Idee, am Schluss den Frosch gekocht zu haben? Und wenn ja, denkst du, die Bevölkerung merkt das? Das sind zwei Fragen, tut mir leid. Ja, nein, das macht nichts. Ich bin einfach skeptisch, weil ich den Geist nicht spüre. Bei einzelnen Leuten schon. Also das Interview, das ich gemacht habe mit Stefan Seiler, dort haben wir nachher so ein gutes halbes Dutzend Zuhörer, haben wir eine sehr aufmunternde E-Mails geschrieben. Also es gibt die Leute und die sind auch sehr dankbar für alles, was man macht. Aber die, die grosse Masse, und wenn jetzt zum Beispiel im Parlament, die hätten doch, die hätten doch jetzt im Hinblick auf das, was im Herbst vor, äh, vorgesehen ist, nämlich die Überführung von diesen Massnahmen in ordentliches Bundesrecht oder dringliches Bundesrecht. hätte man doch sagen können, jetzt setzen wir einen Untersuchungsausschuss ein, der in diesen Monaten, bis wir über das abstimmen, einmal die, äh, das, ... anschaut. ... die Massnahmen und ihre Begründetheit und ihre Wirksamkeit anschaut. Ich verstehe auch nicht, dass man das... Warum das Parlament nicht macht? Ich verstehe aber nicht, wieso ist das Parlament nicht auch machtgierig? Wieso geben die freiwillig das ab? Es gibt ja in Corona gar nichts, was so dringend ist, dass man nicht sagen kann, jetzt müssen wir noch eine Sitzung machen, wo das Parlament mitentscheidet. Ich meine, es gibt keinen Entscheid, der darauf ankommt, ob man heute fehlt oder in fünf Tagen. Es ist ja so, Corona-Panik glaubt, ist ja nichts so dringend. Oder dann frage ich mich, wieso gibt es Parlamente, ich kenne dort Menschen zu wenig, ich kenne Politik zu wenig, wieso... Also wenn ich jetzt Parlamentarier wäre, ich würde doch möglichst die Macht vermehren, die ich habe, und nicht einfach wegwerfen. Wieso werfen die die Macht weg? Jetzt sind wir eigentlich beim Thema Medien einverstanden. Kann sein. Wir beobachten ja einen Hauptstrom und in dem Hauptstrom gleichgeschaltete Medien. Also wenn man die Webseiten von SRF, wie ich das gemacht habe, täglich öffnet, während dem ganzen Stillstand, dann ist ein einziges Thema von einer einzigen Seite beleuchtet dort dargestellt. Ja. Und die Zeitungen, bei den Zeitungen, sehen wir auch eine Gleichschaltung, und das schon sehr lange. Aber genau, da komme ich sehr gerne zu sprechen. Ich liebe Medienkritik, weil es gibt nichts Einfaches als Medienkritik. Das ist wie ein Jonglierer mit einem Ball. Das ist wirklich nicht schwierig. Aber jetzt nochmal, wieso machen die Parlamentarier mit? Offenbar? Weil sie sich nicht auf Alternativplattformen informieren. auch du meinst, sie sind wirklich ignorant. Du glaubst, glaubst, wenn du... Moment, wir unterscheiden. Das ist ja die Frage, die man sich immer stellt. Wenn man George Bush von Krieg anfängt, ist er dumm oder böse? oder so ein Prediger vom amerikanischen Fernsehen? Oder glaubt in den Mist? Oder ist er einfach dumm und glaubt an, wenn er redet? Oder ist er böse und will einfach nur Geld verdienen? An diesen Punkt kommt man eigentlich immer hin. Und jetzt ist dann auch die Frage die, wenn... Kann man dann sagen, Stand jetzt, wie wir jetzt besprochen haben, kann man sagen, das Parlament ist dumm und der Bundesrat ist böse? Oder? Oder glaubt der Bundesrat selber, dass es nötig ist? Ist der auch in diesem Ding rein, dass er gar nicht will? Dass er wirklich meint, es muss jetzt halt einfach sein? Das ist schwer zu sagen. Das ist sehr schwer zu sagen. Und man macht sich dann halt wirklich angreifbar, wenn man sich festlegt in dieser Frage öffentlich. Ist aber ein riesiger Unterschied, weil wenn es einfach dumm sind, dann habe ich gewisse Hoffnung, dass der Spuck vorbei geht, oder? Das ist ein riesiger Unterschied. Wenn es dumm sind und das dumm sind, dann habe ich keine Zweifel. Die Frage ist einfach, sind es zusätzlich böse genug? Und wenn du sagst, die Mainstream-Medien lesen als Parlamentarier und geben das dann weiter und die Macht abreden, dann ist ja die Hoffnung schon berechtigt. Die Hoffnung berechtigt, dass Bundesrat und Parlament einfach dumm sind. Ja. Also, absehbar ist ja die Impfagenda, das haben wir vorhin besprochen. Die ist auch schon ausgeleitet im Epidemie-Gesetz. Das Epidemie-Gesetz geht Punkto Impfzwang schon relativ weit. Ganz weit, ja. Ganz weit, ja. Sogar am medikamentösen Zwang. Sie können ja nicht zwingen, dich zu impfen, sondern auch dich medikamentös zu behandeln. Ja. Und das halte ich für eine bösartige Agenda. Und das ist ja 2016 durchgeboxt worden, mit kleinem Widerstand, weil du gar nicht wusstest, was das eigentlich macht. Ich glaube, heute wird da sehr viele Leute anders stimmen. Genau, darum finde ich man sie zurückgeben. Und du denkst, das hat ein System gehabt. Das ist wieder spekulativ, gell? Aber hat das System gehabt? Hat man das auf das eingeplant? Ja, ich meine, man hat doch die Reinfeld gehabt, man hat doch die Schweinegrippe zu einer Pandemie aufblasen, wo keine war, und die Vogelgrippe und Sars, also die Geschichte, die wir hier erleben, die hätte es schon ein paar Mal gegeben, nur hat man die Aufmerksamkeit vom Volk nicht derart heftig auf den Verlauf der Epidemie gelenkt. Also ich kann mich praktisch nicht mehr erinnern, was da los war bei dieser Schweinegrippe, aber man kann es jetzt im Internet sehen, kann man es ja nachverfolgen. Es gibt eine sehr gute Artedokumentation, die du, glaube ich, auch schon erwähnt hast, die Profiteuren der Angst. Ja, also wie eben die 18 Milliarden Profite geschlagen worden sind und der Wohltag hat das eigentlich da enthürt, oder? Und da hat ZDF noch wohlwohlen berichtet? Und etwa zu dieser Zeit ist dann auch das Epidemiesetz entstanden. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ein paar Jahre ja. Und das heisst also, wir haben immer noch die Hoffnung, dass es einfach nur, ich sage ja immer, es ist eine Verschwörung. Deutsche sagen wir ja schon Verschwörungstheoretiker, obwohl ich bis jetzt noch nichts anderes gesagt habe, als es eine Verschwörung von Dummheit und Feigheit. Oder? Weil wenn wir ein bisschen mutiger wären und ein bisschen gescheider wären, dann würde man einfach mal die Statistiken genau anschauen, die Fakten, wer stirbt, wieso sterben sie, an was sterben sie, wie viele haben sie gesagt, dass sie sterben, wie viele sind wirklich starben. Also es ist eine Mischung von Feigheit und Dummheit. Wenn ich jetzt aber doch versuchen, mal die mildeste mögliche Verschwörungstheorie anzubringen, dann würde ich sagen, man hätte wieder das gleiche gemacht wie 2009, und damals ist es einfach völlig aus dem Ruder gelaufen. Weil die Massenmedien sind noch verstärkt worden von den sozialen Medien, die Berichte sind geteilt worden und dann hat es noch wie noch neben der anscheinenden Pandemie, die wir da jetzt haben, in der Welt, haben wir auch noch so eine Art Computer und ein Medievirus gehabt, wo einfach jeden Tag dann die dramatischen Zahlen, die wir da bekommen haben, 3,4 Prozent sterben und so weiter, fünfmal ansteckend, also Grippe, ist auf unsere Handys gegangen, Allianz anfangen zu teilen, dann kommen die Medien, die Probleme haben, um sich selber zu finanzieren, also die Massenmedien, und dann anfangen ebenso, man sagt ja, Clickbaiting, dass sie möglichst rieserische Titel machen, damit die Leute draufklicken und sie dann halbe Rappen pro Klick verdienen und dass dann diese unzählige Kombination eben von Massenmedien, die Probleme haben, sich zu finanzieren und soziale Medien, die das halt wie als Verstärker verbreiten, eine völlig ausser Rand und Band Cola hat. Aber, ja, was ich eben nicht verstehe, vielleicht würdest du etwas zu sagen, und sonst... Ja, also, natürlich, natürlich gibt es Leute, die abstrusen Gedankengänge anhängen. aber meistens wird ja die Bezeichnung, und das ist eine Bezeichnung und nicht ein Begriff, Verschwörungstheoretiker wird ja gebraucht, wenn die Sachargumente ausgegangen sind. Es ist eigentlich eine Attacke ad hominem, eigentlich. Es ist ja erfunden vom CIA in den 60er Jahren, ein sehr kräftiger, sehr kräftiger Weg zum Leuten, die kritisch denken ausschalten, wie grundsätzlich, was heisst kritisch denken? Die Fakten nehmen und den Schluss ziehen. Aber, zumal man anfängt, den Schluss ziehen, oder eine Mutmassung anzustellen, was ein intelligenter Mensch in allen Bereichen des Lebens macht, wenn er es in politischen Bereichen macht, kann man einen Stempel geben, Verschwörungstheoretiker. Ja. Man könnte auch von Ermittlungshypothesen reden. Das ist schön. Schön, ja. Ich habe diskutiert über den Titel von Mineradies, laut der Begriff der Widerrechtlichkeit im System des schweizerischen Haftpflichtrechts. Und, als ich in der Einleitung umstudiert habe, habe ich mir gesagt, ja, jetzt muss ich zuerst einmal wissen, was überhaupt der Begriff ist. Und dann hat mir meinen Vater einen Tipp gegeben und er hat gesagt, ich soll das im Mephistopheles vom Goethe nachlesen. Dort gibt es ein Kapitel, die Schulstunde. Und dort sagt der Lehrer, denn siehe, wo Begriffe fehlen, stellt ein Wort sich ein zur rechten Zeit. Und das hat mir eigentlich schon gelangt, um das Wort und den Begriff auseinander zu halten. Und Verschwörungstheoretiker ist einfach das Wort. Er ist von Denkfaulen oder von bösartigen Leuten. Er ist einfach denkfaul zu sagen, Verschwörungstheorie. Denn was die Massenmedien machen, man weiss, dass praktisch jeden grossen Krieg die Amerikaner angezettelt haben, vom Ersten Weltkrieg ausser dem Zweiten bei Korea bei der Bruchkastenlüge. Das angebliche U-Boot, das gesunken ist, die es gar nicht gegeben hat. Ich hoffe, ich sage das richtig. Aber das ist alles Mainstream-Wikipedia zugänglich. Dann eben Vietnam, glaube ich auch. Und jetzt eben da mit dem Giftgas, wo da Colin Powell das Dösel aufgehebt hat. Das ist immer auf Lügen basiert und Mainstream-Medien haben das sehr befeuert. Sie hatten immer eine Art Verschwörungstheorie. Und auch 9-11 ist eigentlich die Mainstream-Version auch Verschwörungstheorie. Da haben sich 19 Muslime verschworen, um zum Flugzeug in den Turm zu fahren. Richtig. Ja. Und darum ist der Begriff eigentlich wertlos. Das Problem ist nur bei den unkritischen Leuten, die... Was ich einfach merke, ich habe sehr intelligente Leute in meinem Umfeld. Die sind wirklich gebildeter als ich. Intelligent oder intelligenter als ich. Aber was sie von mir unterscheidet ist, sie lesen nicht beide Seiten. Ja. Sie glauben einfach nicht. Sie glauben einfach, dass das, was ein Tagi oder ein FAZ oder ein MZZ, wo bei den MZZ man ein bisschen lobt in letzter Zeit, ein bisschen. Aber was... Sie glauben einfach, dass diese Grundsätze schon das Gute meinen und das Gute machen. Und das sind seriöse Leute und die sind... Sie haben ein idealistisches Bild von den Medien. Während ich halt genügend Geld war mittlerweile, um zu sehen, dass in jeder Branche einfach gedreckelt wird, wie man nur kann. Der Bauernverband versucht, alles auszuschlagen und seinen Gewinn zu maximieren. Das macht die Pharmaindustrie, die Rüstungsindustrie durch die Kriegazettel, damit sie da verdienen. Da machen wir überhaupt Illusionen. Und dass plötzlich jetzt bei den Massenmedien eine heere Schare von Milliardären oder von Multimillionären, die wirklich das wahre, edle und schöne Ideal verfolgen und objektiv entbricht, was auf die Welt passiert. Ich denke, im Zeitalter vom Internet, wer sich ein bisschen einlädt auf sogenannte alternative, ich nenne es lieber unabhängige Medien, der sieht, wer will hinter den Vorhang schauen, er kann es machen. Aber es wird nicht gemacht. Und ich glaube, das unterscheidet bei den sehr intelligenten Leuten, intelligentere Leute als ich, von mir. Ich sehe nur eine Seite, ich sehe beide. Unabhängige Leute und immer noch auch, äh, wie soll ich sagen, Leute, die unabhängige Medien konsumieren, konsumieren immer auch Mainstream, aber umgekehrt eben nicht. Ich würde sagen, das ist Zeit für ein Bier. Machen wir einen Werbespot. Corona Extra. Ein spanisches Bier. Ein kühles Bier in heissen Zeiten. Corona. Und das wäre schöner, als nach dem Corona, direkt oder gleichzeitig mit dem Corona-Bierli gemischt, ein feiner Kaffee aus einer grünen Maschine. Und zum Schluss, wie das durch Konsequenzen wird haben, das passende Papier dazu. Gut, das sind meine Medien. Das sind halt meine Sponsoren, oder? Ich habe ja sonst keine Sponsoren. Ich wollte fragen, ich habe einen Spender. Ich habe einen Spender. Ich habe jetzt zwei bekommen für 100 Franken und für 30 Franken. Einer wollte mir auch 100 Franken spenden. Ich habe es jetzt abgelehnt für ein bisschen weiteres, aber vielleicht mache ich wirklich noch eine Webseite, wo man Spenden entgegennehmen kann, weil langsam wird das eigentlich ziemlich teuer für mich, weil ich fast nicht mehr arbeite. Aber ich wollte fragen, haben wir etwas Wichtiges ausgelaufen? Du hast noch fast nichts zu den Medien gesagt. Ich habe vielleicht noch etwas zu dem, was du vorher richtig ausgeführt hast. Es gibt ja eine Bezeichnung für das Phänomen, und zwar heisst das kognitive Dissonanz. Wenn es so ist, dass die Darstellung der Wirklichkeit nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt, muss man entweder die Augen davor verschlissen, das ist die kognitive Dissonanz, oder eben die kognitive Dissonanz überwinden. Das muss jeder, der sich kritisch informiert. Diesen Prozess habe ich auch hinter mir und habe dann ein paar Jahre lang beobachten können, wie meine Freundin den durchmacht. sie hat ihre kognitive Dissonanz sehr weitgehend überwunden. Aber im Grunde genommen ist das einfach die Angst davor, dass man sein Weltbild, wenn nicht aufgeben, so doch mindestens anpassen muss. Ich möchte mich erinnern, ich sage mal so, als der TV Herrmann bei Johannes Beckerner auf Besuch war, das war eine katastrophale Sendung, da hat mich zuerst mal etwas wachgerüttelt. Aber ich habe nicht weiter zu viel dabei gedacht. Aber was wirklich bei mir der magische Moment war, wo ich meine Meinung geändert habe, war, weil Trump gewählt wurde. Ich habe dort die Medien konsumiert, die impliziert haben, dass er absolut keine Wahlchancen hat. 20%, 30% und einfach so. Das ist eh klar, der wird nicht gewählt. Und der Scott Adams, das ist der Zeichner vom Dilbert Comic, der ist multimillionär geworden, mit Comic-Zeichnen, der hat etwas extrem Schlaues gesagt. Er hat gesagt, du bist dann richtig, du kannst checken, ob du gut informiert bist, wenn die Prognosen, die du stellst, und die eintreffst. Also wenn du, das ist jetzt bei Corona, oder was auch immer das Thema ist, wenn du von Fachsachen überrascht wirst, dann sind deine, wenn es nicht ausgesprochene Prognosen sind, deine Erwartungen an das, was die Welt bringt, sind dann erschüttert. Und ein klassisches Beispiel von so einer kognitiven Dissonanz. Für jeden Mainstream-Lessler müsste es sein, dass er jetzt etwa 10 Jahre lang gehört hat, dass der Putin grösserwahnsinnig und ein Nationalist ist. Oder? Also die Argumente, die man ihm unterstellt hat, ist immer, er ist dumm und er ist gemein. Und man hat nie wirklich logische Argumente gebracht, die so, dass er auf der Krim und in Syrien macht, was man macht. Und was ich wirklich eine Art Dissonanz hätte erzeugen müssen, ist, in dem Massenmedialismus nur immer, was der Putin für ein Teufel ist, aber dann lässt man immer wieder, Merkel hat sich mit ihm getroffen. Alle die Politiker treffen sich genau gleich mit ihm. Und in dem Moment, wie ich meine, müsste man so die kognitiven Dissonanz spüren, dass man ja merkt, die Massenmedien sagen immer, das ist ein Teufel, 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 aber dann gibt es Handshake und alles und die reden miteinander, wie nichts wäre. Und der Putin hat ja selber gesagt in der Dokumentation, die Gespräche, die wir haben, die sind alle sachlich, neutral und so. Die Aufregung ist also geschürt durch Massenmedien. Und im Film The Matrix, weisst du, ob du den kennst, so ein Science Fiction? Nein, ich kenne nur... 1984. Ja, ja. Ganz kurz, bei Matrix geht er zu einem Hacker und da wird ihm quasi gesagt, ich kann dir eine Wahrheit erzählen, aber ich kann dir sagen, wenn du diese Wahrheit hörst, sie wird dich umhauen. Dein Leben ist nicht mehr das, was es war. Das wird die rote Bille. Wenn du sagst, du bist nicht bereit davon, hast du hier die blaue Bille. Du kannst wählen, was du schlucken willst. Und der Nioh als Held schluckt durch die rote Bille. Und die rote Bille war für mich eben der Trump. Das war wirklich nicht die Wahrheit. Zwangsinfizierter. Da hat man wirklich Zwangsverabreicht. Und ich hoffe einfach, dass viele, viele Leute bei Corona jetzt auch sich von den Massenmedien nicht total abwenden. Ich sehe auch nicht, dass die unabhängigen Medien per se besser sind. Da gibt es auch wahnsinnig gestörtes Zeug, was dort behauptet wird. Aber das wenigstens die Augen öffnen, sich auf beide Seiten zu informieren, oder? Ja. Also, man muss sich einfach mehr die Kompetenz anlesen. Es gibt mehr zu tun. Als früher hätte man sich mehr verlassen können auf die Massenmedien. Gut, vielleicht ist es auch deshalb, weil es früher noch viel weniger Internetplattformen gab. aber die Medienkompetenz muss man sich anlesen, wenn man nicht will, beschwindelt werden. Ja, man muss eben genau das lesen, was in den Massenmedien immer als der Teufel hingestellt wird. Man muss Russia Today lesen, CanFM lesen. All das Zeug, das wir uns abraten, wie man sagt, es ist Propaganda. Und wisst ihr was? Wahrscheinlich ist es zu einem grossen Teil Propaganda. Aber es gibt ja den Satz, know your enemy, kenn deinen Feind. Liste Gegner. Und dann merkst du plötzlich, dass wenn du die Argumente von Putin gehörst, von Russia Today oder wem auch immer, du merkst dann plötzlich, aha, BBC hat einfach das andere Narrativ drauf. Das ist einfach eine andere Art von Propaganda. Und am Schluss bist du wirklich zwischen den Stühlen und Bänken und du weisst gerne, was wirklich die Wahrheit ist. In ganz vielen Fällen weisst du die Wahrheit, die wirkliche Wahrheit nicht. Und das ist halt auch ein bisschen unbequem. Es ist dann einfacher, einfach den Mainstream-Media zu glauben, oder? Am halben Jahr, am 8. Tagesschau zu schauen und dann hat man ein gemeinsames Weltbild mit all seinen Freunden und Kollegen und man ist eben in dieser Bubble, und es fühlt sich gut an. Aber wenn man eben anfängt, aus dieser Bubble rauszugehen und gegen Propaganda zu lesen, im Wissen, es ist Propaganda, dann wird man eben doch Sachen entdecken, die einfach nicht erwähnt werden. Und dann geht man bei den Mainstream-Media und dann merkt man, stimmt schon, das ist tatsächlich passiert. Aber die einen einfach aufblasen und die anderen zu klein halten. Und das passiert auf beiden Seiten. Fake News heisst nicht, dass gelogen wird. Es heisst, oft wird nicht gelogen, weil die Lügen haben kurze Beine, die Lügen werden wir entdecken. Der Fake News ist nicht der Inhalt, sondern der Spin, wie man das einordnet. Ja, ja, dem stimme ich zu. Und Daniel Ganser hat das geprüft, getestet, wenn man so will, die Tagesschau-Beiträge sind viel zu kurz, als dass man sie am nächsten Tag noch in Erinnerung hat. Darum ist das eine ungeeignete Informationsart. Man tut sich besser mit weniger Themen und dafür vertieft beschäftigen. Er hat auch gesagt, ich werde auch gefragt, was soll ich denn lesen? Welche Kanäle oder welche Webseiten? Und da gibt es gar keinen Rat. Ich kann nicht sagen, lese diese Seite und das Problem ist gelöst. Du musst wirklich aktiv, das sagt Daniel Ganser auch gut, du musst aktiv suchen nach den Medien. Nicht einfach nur servieren lassen. Wenn du es einfach servieren lässt, dann bist du zwingendermassen in der Bubble von dem Kanal, den du empfangen hast. Und zwar, das gilt für alle Seiten. Die sogenannten Verschwörungstheoretiker und die sogenannten Mainstreamer, das sind alle Opfer von ihrer Bubble. Und die Idee muss einfach sein, aus dieser Bubble auszubrechen und die Gegenseite zu verstehen, um zu wissen, was die Argumente sind. Und das geht eben nur, wenn man breit forscht. Ganz links, ganz rechts, ganz oben, ganz unten, russisch, chinesisch, schweizerisch, amerikanisch. Wenn man die Sprache kann. Mein Chines ist eigentlich ein bisschen mühe. Ja. Willst du etwas ergänzen oder hast du das Gefühl, ist alles Wichtige gesagt? Ich rede mal einen gegengekippt in dem Zusammenhang. Ja, aber da müssen wir die Quellen auch kennen. Und da muss ich sagen, zu dem Thema muss ich sagen, die Quellen der Tagesschau werden noch nicht genannt. Hingegen die, die ich leise, die ich einen Artikel je nachdem interessant finde, gut durchdenke, und ich lege ihn vielleicht auch sogar auf die Seite, um wieder Zugriff darauf zu haben, dort lernt man die Autoren mit der Zeit eben kennen, weil man schaut ja immer, von wem der Artikel ist, der einen besonders interessiert hat. Und dann kann man, dann erschafft man sich die Medienkompetenz und kennt seine Quellen, wenn man die Tagesschau schaut. Ja. Nein, die Tagesschau ist nicht... Eben, das hat viele vor den Kopf stossen. Man sagt, die Tagesschau ist keine Quelle für gute Information, weil sie seit Jahrzehnten das kennen für ihre Eltern und sie selber, und es gibt schon den Kindern weiter wahrscheinlich. Und wenn man das dann sagt, dann gibt es eben die kognitive Dissonanz, und man denkt dann irgendwie, was reden wir denn für einen Seich? Oder? Sie sind ein gutes Leben gekommen mit 30 Minuten in der Tagesschau schauen. Aber eben, hinter den Vorhangen schauen und jetzt geht es um alles. Bei Corona konnte man es lustig finden mit dem Trump und dem Clinton und so, oder? Und wenn in Syrien ein Krieg ist, interessiert das nicht wahnsinnig gross. Aber jetzt, nicht, dass das nicht sollte, natürlich sollte das, aber es tut es nicht. Aber jetzt bei Corona geht es um unsere Existenzen, geht es um alles, wirklich. Ja. Finde ich jetzt. Oder bist du anderer Meinung? Das ist das grösste Thema auch von deinem Leben, nicht? Findest du nicht, das ist das Gestörte, das du deinem Leben erlebt hast? Ja, es hat, es hat, es hat, bei mir, für mich eigentlich nur geändert, dass ich meinen wöchentlichen Spaziergang wie meinem zweieinhalbjährigen Enkel nicht mehr mache. Weil? Weil meine Tochter, weil seine Mutter Angst hat, und ich kann es echt nicht sagen, verwachsen. Aber Angst macht ja keinen Sinn. Du bist ja selber erwachsen. Und du bist ja gefährdet, nicht das Kind. Oder meint sie, das Kind sei gefährdet? Also sie hat ja noch eine Tochter, die erst ein paar Monate alt ist und ich glaube, sie hat einmal durchblicken lassen, sie hat Angst davor, dass sich beide anstecken können. Ja, aber es ist noch kein Kind unter 10 gestorben. Also, es sterben kein Kind. Ja. Millionen Fälle und keine Kinder sterben. Also wenn schon, müsste man Angst haben, dein Leben, oder? Statistisch. Das meint meine Freundin auch, aber ich habe einen Grund zur Annahme, dass sie Angst hat, dass ich ihre Kinder infizieren könnte. Ja. Ja, aber eben, das ist wieder ein Beispiel. Also da kann man sich ganz einfach informieren, wie die Statistik sagt. Ja, und sie ist dann auch vom Fach. Schwerstkranke Kinder sterben nicht. Kinder sterben einfach nicht. Kinder sterben nicht an diesem Virus. Es ist aber kein Kind unter 9. Es hat mir geheissen, es sei ein 9-Jähriger gestorben, hat man herausgefunden, oder ein 7-Jähriges, hat man herausgefunden, es sei 107 gewesen. Die Datenfassung war falsch. Und noch mal so ein Fall. Ja, in den 16 Jahren war er 86 oder so. Einfach so Fehler im Me-Game-System. 9 oder 109. Ja, genau. 9 oder 109, oder eben 7 oder 100 sind besser. So einen Fall hat es gegeben. Ja. Ja. Das ist das Grenzen der Tragik. Und auch wenn ein Koch kommt und sagt, er quasi dir vorschreibt, was du als Grossvater durfst machen, kurzum einmal, das haben wir ja ausgehend lustig gemacht in meinen Sendungen schon. Das ist eine riesen Zumutung, dass quasi Politik, und ich betrachte ihn als Politiker, weil er in diesem Kuchen ist, wir uns jetzt einfach vorschreiben, ob wir unsere Kinder oder Enkelkind umarmen dürfen. Das ist ja die ultimative Zumutung. Ja, ja. Und ist widersprüchlich. Und ich habe der Ursine geschrieben, seit die Schweiz 1848 vom Staatenbund zum Bundesstaat geworden ist und sich eine Verfassung gab, hat es keinen einzigen Bundesbürokrat gegeben, der sich dermassen unverschämt eingemischt hat. in persönlichen und familiären Belangen. Ich kenne mich nicht gut aus, ich möchte auch nicht gross für das eingehen, aber ich kenne nicht einmal in der deutschen Geschichte irgendeinen Fall, wo man auf solche Ideen gekommen ist. Also das ist ja wirklich unfassbar. Aber eben, da kann man schon sagen, jetzt unabhängig, dass sich dein Alltag nicht so verändert, abgesehen von dem sehr traurigen Fall, wie ich finde, politisch gesehen ist, dass es gestört ist von deinem ganzen Leben, oder? Ja. Das muss man so sagen. Ja. Und was meinst du, wer leiden mehr? Wir, die das Gefühl haben, wir haben einen Durchblick, und es ist nur harmlos, also harmlos ist nicht, eine Grippe ist nie harmlos, aber es ist nur, es ist nicht so schlimm. Oder du denkst, wir leben aber in dem, in dem, in dem, in dem, in dem dystopischen Universum, wo plötzlich alles dumm worden ist, oder gestört worden ist. Oder du hast das Gefühl, die Leute in Todesangst leiden mehr. Das ist manchmal auch nicht mich zu fragen. Oder ist es ein anderes Leiden? Die Leute, die Angst haben vor dem Virus, die leiden sicher mehr. Ja. Ja. Das stimmt wahrscheinlich. Weil wir können immer noch mal darüber lachen. Ja. Ja gut, wollen wir das Gespräch abenden lassen, oder? Ja. Ich bedanke mich nochmal. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt. Du hast ja nicht ein Lesser auf der laufenden Kamera hier auch nicht zu sitzen. Ein Live-Auftritt ist das jetzt mein erster. Ja. Hoffentlich nicht dein letzter. Ich finde, es war super spannend, mit dir zu reden. Also liebe Zuschauer, ich könnte noch eine Frage geben. Sandro, hat es da Fragen nicht gegeben, die wir stellen können? Im Moment nicht. Am Nachmittag schaue ich weniger live zu. Aber die Frage wäre, ob du noch auftauchen nachträglich und dann würden einfach noch mal auf dich zukommen. Dann würden wir das Gespräch beenden. Danke einmal, vergesst nicht, das Video zu teilen. Wenn ihr es bis dahin gelassen habt, denkt, es ist es wert, zu teilen. In heutiger Zeit, wo mir so viel bombardiert wird zum Thema, bitte den Kanal abonnieren und ja, bringt die Message raus und habt Mut, geht raus mit eurer Meinung, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Danke einmal und bis bald.